hallo und herzlich willkommen zurück hier in der steinzeit mit euren rob bei der molybemande wir spielen wieder dawn of mann in unserer kleinen fein zeitsteinalterlichen siedlung und ich würde sagen fische wie sieht es hier aus angeln können sie noch haben wir noch eine angel wir haben drei stück kommenden fischer bereich den können wir mal eigentlich umsetzen oder der war ja hier dann könnte ich ein bisschen tanin sammeln aber das kann ich auch als gebiet machen das geht einfach und hatte ich das schon hier hatte ich wilde pflanzen genau hier müssen mal das zelt wird werden oder denn noch leder wir haben kein leder das heißt wir müssen was jagen sonst geht das zelt kaputt so da gucken wir schnell ob es hier irgendwo was zum jagen gibt ja viel zu weit weg gibt es hier nichts mehr in der nähe am salangst für meditiere scheint so okay da müssen wir halt warten bis vielleicht mal ein paar tiere vorbeikommen aber der baum der stört mich hier bei mir eigentlich gar nicht mal so schlecht aus hier lassen wir noch mal stehen macht es ein bisschen grüner zurück zum tannin da bitte einmal absammeln ein mann das muss reichen wir brauchen wie viel tannin was sagt unsere thema ja nur ich 25 bis 30 einheiten haben so eine kontinuierlich will ich nicht hier die machen noch die machen kontinuierlich das möchte ich auch nicht aber ihr könnt ruhig hier vier mal machen wenn wir denn wieder wieder haben so das haben wir fisch haben auch hier und hier jungs alle verjagen kann da drauf brio ziel nummer eins wo ich erstmal alle stöcker flamen wir haben 11 sperr ist okay dann sage ich mal tschüssi lieber liebes rennt hier so sturm kommt man sieht es wird windig und regnet und es blitzt da hinten irgendwo ich kann leider nicht nach oben scrollen ich kann nur näher ran jetzt haut der hirsch ab als ob es ahnt ne passt wieder voll da haben wir noch die abbau gebiet also ein stücke ich hätte gerne übersicht über meine abgabe biete das ist das letzte abbau gebiet ok hier habe ich hier kann ich die alle durchschalten bär 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 fisch hier haben wir das die gieß alles schick was macht der hirsch der ist tot und damit kommen wir auch jetzt endlich ins missolidische zeit erscheinen wir werden jetzt mal keramik freischalten zack bringt uns glaube ich erstmal noch nichts außer neues abgub 1 2 3 ein neues abbau gebiet jetzt können trinkwasser sozusagen sammeln das können wir zwei leute machen da müssen die leute nicht immer hier ans ans wasserloch rein und immer wieder wasser holen und trinken haben es gleich zu hause schön in der hütte gläschen wasser also ein gläschen aus dem keramikbecher wobei ich noch keine kennt oder so abbauen kann das auch ein bisschen komisch ist er vielleicht in so ein schlauchbeutel aus leder wobei halt hier in den keramik abgebildet ist aber das sind spitzfindigkeiten egal so hier wird schön gekocht ne du hast hunger ja klar zu hunger so haben wir noch zum jagen ich brauche mehr zum jagen hier kommt da hier ist noch was aber die esel könnte ich später domestizieren aber was soll's wir knüppeln sie erst mal dauern hier jungs braucht euch ihr müsst ein paar esel töten gerne auch mehr die müssten ja mit zwei drei schlägen tot sein die haben wir nicht so viel ernährung den geht's gut nicht mal lang sogar mit transport haben wir noch frei schön das ist natürlich transportmittel werden effizienz der siedlung deutlich erhöhen einige ressourcen wie holzscheide steine kupferer 10 järz oder eisenerz sind so schwer und schwierig herum zu tragen das können wir nur mit den schlitten oder kann machen aber die habe ich anscheinend noch nicht weil hier ist nichts frei der erste und andere habt ihr nicht erwischt warum ist hier nur einer wo sind ja in die sicht schalten wir haben sie anscheinend aufgegeben okay naja ein esel reicht wir wollen sie ja nicht alle ausmerzen passt schon reicht ein edel reicht alles schick kommt geschlafen müsst müde wir brauchen auf jeden fall mehr leder weil die ganzen zelte kommen jetzt nach und nach wieder müssen repariert werden und davon brauchen eigentlich keins wenn wir eins dann noch mehr haben ist okay wir haben dreimal ruhe haut das passt jeder outfit haben wir vier mal und es ist gerade sommer noch frühling es habt ja dann und habe ich nur vier mal jeder outfit das passt doch gar nicht und da sind die anscheinend kaputt gegangen brauche ich noch mehr leder wird schwierig wird schwierig dafür brauchen nämlich viel mehr tiere so wir machen unsere siedlung noch ein bisschen größer hier haben wir noch so eine andacht stelle da machen wir mal ein bisschen platz daneben und fällen mal da zwei bäume noch also nahrung haben wir auch nicht mehr so viel also das jagen das tut richtig gut wir brauchen echt nahrung wird hier auch mal gearmelt hier wird gearmelt hier kommt der händler das sehr schön und irgendwie geht immer die spielgeschwindigkeit auf 2 auf normal runter ich weiß nicht warum können so viel hoch stellen oder kommt ein bär der bringt genug leder und fleisch jungs attache du musst jetzt nicht bilden du kannst jemand angreifen beten kannst immer noch später geht zu bilden esel auch haben wir doch noch gejagt wird dann ist ja alles schick dann holen wir uns jetzt die höhlen bär angriff ja warum greifst du alleine an das blöd aber ab ach der ist doof das war bestimmt mein fischer die mehr anhalts oder bär ab ein toten hammer naja ok passiert in dieser zeit da kann man jetzt nichts leder ja würde ich einkaufen nämlich mehl nehme ich auch wir nehmen aber erst mal leder und was haben wir denn von wert feuerstein dann ihn ein leder sind zwei solche der meyer eigenen geschäft daraus kann ich acht machen oder kann ich mir doch noch was anderes aussuchen nicht schön so ja das bietet viel ist mir doch ein bisschen zu schnell da machen wir auch noch neue was haben wir denn jetzt ein leder getrocknete heute einmal das nimm erstmal fürs gebäude wir machen erstmal noch leder getrocknete haut jeder aber sechs mal dann machen wir mal solche outfits ist der bär jetzt tot warum gehst du über die bär im nahkampf so bär ist tot jetzt kommt man merkt hier das ist sehr schön kommen alle verarbeiten leider ist jetzt einer gestorben aber wie gesagt das ist halt in dieser zeit passiert das kann man nicht ändern wir bauen noch mal eine hütte die machen wir noch hier mit so an das feuerchen ran so jetzt sieht das hier zieht man diese andachtstelle wenigstens viel besser haben wir hier eine andere stelle dort eine andere stelle das passt so weit wir könnten noch so ein paar klein daneben bauen so ein bisschen spirituelle ecken so die kann ich ja nur so drehen machen wir das so das ist nicht gleichmäßig ich hätte das ganz gleichmäßig ja und dann muss somit hin das läuft es läuft so der bär ist erlegt wo worden ist da gibt es schön viel fleisch und wenig leder wie es aussieht und wir haben schon mitgenommen ja der arme bahanak der hat es nicht mehr geschafft wäre ich nicht überwinter gekommen scheißegal aber was neues gab es jetzt nicht zum bauen und wir haben zwar geramik freigeschaltet ja nö hier nicht hier auch nicht und da auch nicht nö es gab nichts neues eigentlich schade so leder haben wir noch dreimal da 123 dann haben wir genug für die bevölkerung an sommer outfit für den sommer schöne kurze outfit auch schon in der steinzeit so kleiner machen leute so das passt das passt davon haben wir 15 das reicht auch ein neuer mensch wurde geboren sehr schön und damit ist der kreislauf wieder hier noch das können wir mal einsammeln das wäre nicht schlecht er ist schon zu fallen mikroorganisten haben ihre arbeit getan nahrung geht extrem nach oben so muss sein hier kann man noch ein bisschen angeln hier geht es eigentlich auch noch hier macht es irgendwie keine wölfe ja wölfe sehr schön wir müssen jagen halt hier du damit kommen danke ja du musst nicht so rennen und kurz langsame sonst sich die wolf nicht mehr so der schon mal tot keine chance und wir haben schon wieder zwölf wissen da würde ich sagen wir schalten mal mail frei damit wir brote machen können und ja bogen vielleicht ohne schlecht oder erst mal domestizierung aber bis wir hier neue sachen domestizieren können es sollte echt ewig jetzt sagen wir warten lieber noch mal erlangt früchte zehn stück die haben also ist gerade sommer ist sehr schön jetzt müsste was neues freischalten sein genau der mörser da können sie jetzt mehrmals nur alles noch schön in die siedlung auch wenn es ein bisschen eng wird aber es war früher das musste alles nahe beieinander sein nicht wie heute machen wir noch so 23 heu haufen sieht cool aus finde ich aber da muss halt erst heuer an damit die dann so aussehen und das verfällt doch mit der zeit also die verfällt ja alles alles geht irgendwann kaputt so sieht es aus wo heute aber noch vier stück dann macht er mal was draus die zu fallen noch sonst getrocknete heute haben wir zwei stück das passt ja mal 18 15 15 leuten sind wir können wir noch einmal machen haben wir kein vorrat schade dass ich hier nicht gleich dran sehen kann wie viele jetzt verfallen sind oder da muss immer hier so gucken und das sieht es echt vielleicht reichen sie noch ein winter ich hoffe mal einen winter noch aber dann ist vorbei so oder speed hier zack aber hier fischen sie irgendwie nicht ich habe ich weiß nicht warum aber mal den arbeitsbereich entfernt vielleicht ist er verpackt so ist fertig das heißt wir können jetzt hier immer schön brot oder mehl draus machen und brot backen immer mehr haben aber können wir erst im herbst ernten da kommen wir gucken was haben wir hier immer rocken sehr schön das sind himbeeren hier ist noch mal gerste rocken ja dagegen brauche raus ne ich drücke um das falsche da kommen wir im winter um das bieter drücken ja das bieter raus das ist echt nervig sowas hier hast hunger dann ist doch was meiner ist doch wenn wir genug da meine genau da geht sie gleich los mit ein bisschen geräuchertem fleisch beef turkey und je nachdem was es jetzt gerade ist höhenbär turkey wo ja morgen wird schwein ihr seht schon ich bin voll auf jacht aus willst du hin und folgendes knochen ja dann hol die noch mal das ist okay ich bräuchte jetzt dahin die wildschweine und damals aus hier kommt der vertreibt alle wir sind das hier natürlich super ist gemacht meine super vertreibt alle ist egal wir machen trotzdem das schwein muss sein so haben wir zu sagen dass das höhenbär das höhenbär den höhenbär komplett zerlegt haben sieben punkte da geht oder was dann geht was machen wir den schlitten oder machen wir machen erst mal steine schleifen hört sich gut an so spirituell haben wir noch nicht weiter freigeschalten gibt es jetzt beim wildschwein ist roth kommt wo seid ihr jetzt wo ist es war ja hallo bin ich enter das ist so weit gerannt jetzt in der kurzen zeit wo ist das jungs vorsicht höhenbär kommt das ist gut dass er zu uns kommt weil gibt es nahrung du tötest keinem von uns was für eine macke geht bloß ich hatte lichter jetzt und nicht mal lange ich sehe nicht wer es macht die ist mitten im bär der wird von inter legt durch im mund rein und dann von inter schnitten ja man sieht nicht wer das jetzt verlegt ich wird verlegt aber die person ist halt im bär da ist raus okay wer war es der märz und zu legt kommt auch das bieter macht mich fertig hallo ich krieg sie nicht jetzt alle da ist die aradin die hatten bär zu legt oder zu sind sie die frauen mit messer an und wenn ich die hirsche hier sehe und das noch ein hirsch als wir ab ach ich habe jetzt was neues freigeschalten ist der bärenangriff hat mich total und da gibt es schon mal hier neue sachen herr feuersteinmesser und eine feuersteinsichel haben wir schon sich ne ne wir haben auch keine feuersteinmesser also brauchen wir mal zu sicheln weil es gerade herbst und wo nicht hacken hatten brauche ich nicht feuersteinmesser weil wir haben nur faustgeiler sind die feuersteinmesser sind schon auf jeden fall besser so wie sieht es denn aus mit feuerstein eigentlich haben wir da noch genug ja 18 stück das passt zu weit hier werden steine abgebaut wenn wir steine brauchen aber wir haben noch genug ich wünsche sagen wird und werden angriff nächster händler was hast du schönes für uns getrocknete heute getreide das können natürlich mal verboten ist okay dafür kriegst du knochen und einmal naja brotgeber schwach sind leder outfit oder wir machen das mal so und nehmen dafür noch getrocknete heute es ist es fünf kostet diesmal das kostet auf fünf da müssen wir noch mal so und zack ja 21 auf einmal na klar ist noch knochen so dieser handel egal wir machen noch schnell noch mal zwei winteroutfits ist jemand gestorben und altersschwäche im zelt hat gleich seine sachen da gelassen einmal frei besser kann es nicht gehen so wir haben ja jetzt herbst das heißt wir können jetzt hier diese rocken felder abernten schön für getreide gibt es dann leckeres brot hier alle abernten könnte sogar arbeitsbereich machen aber wir sind so wenn ich verstreut aber ich kann nur noch per hand alles machen es ist noch okay hier noch mal hier noch mal und hier noch mal oder los speed haben wir denn schon genug sicheln wir müssen wir haben wir bauen noch mal zwei sicheln noch mal zwei feuersteine hacken 30 namo schon das passt soweit wir haben backen jetzt brot ohne ende wir haben stroh ohne ende freuen wir gleich zum heuhaufen genau und schon sieht man hier ein bisschen heu einmal frei und hier wird fleißig alles zum mörsort danach gebacken und ich würde sagen wir sind zusammen in der nächsten folge bis dahin bleibt uns treu und tschüss europ